Okay, du kannst den Kalenton starten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, zero. Du hast hier keinen Hanger drinnen. Du wolltest es fast gut anzupassen. Ich bin verfolgt. Ja, das auch. Ich habe einen Freund. Ich mag den nicht. Ich habe Angst vor dem. Ey, der folgt nach vorne. Ich kann ihn nicht töten. Er ist unbesiegbar. Oh mein Gott. Du hast ihn vertrieben. Wollen wir jetzt hier das Ding machen? Okay. Ich klicke mal aufwärts. Ready in 3, 2, 1, go. Was? Was? Äh, what? Was? Alles auf. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Was? I-N-N-N-L-N-N-N-N-N-G? Wir wollen fliegen. Was? I-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N? Alter, ich komm nicht hoch! Nein! Ich hab'n Fehler gemacht! Mario, ich komm nicht zu essen! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Ich komm nicht mal zu meinem Ding hin! Ja, du musst versuchen am Boden zu sein und dann rollen! Ja, ich bin... Ich muss aber... Ich bin grad woanders, du musst grad nicht... Ich komm... Ich komm da hin! Ah, ich bin wieder drin, mein Mecker! Ach du Scheiße! Dann musst du den Ding irgendwie schießen! Äh... Ach... Was ist das denn? What... What the fuck? Was ist das denn? Wie... Guck mal, Mario! Mario, guck mal! Was ist das? Ist das ein Schutzschild? Ich weiß nicht, was das ist! Schieß mal auf mich! Ja, warte, warte! Jetzt! Ey! Ey, das ist die Tür! Geil! Kann ich mal kurz mit diesem Ding machen! Ist ja geil! Ah... Oh! Ah, Mist! Ich glaub ich was diese Dinger entzünder! Äh... Wir müssen irgendwas ausschalten! Ich hab hier jetzt auch verfallen... Ich hab jetzt halt verfallen... Ich hab jetzt da rauskriegen... Es ist nicht so gut... Ich hab's aufgelost... Oh ja... Hey, mach mal die Dinger aufsammeln. Ich fahre immer die Dinger aufsammeln. Ich fahre immer die Dinger aufsammeln. Ich muss nichts mitnehmen. Ja, geil. Return back. Wieso, bitte? Warte mal, start das noch mal ein. Habe ich denn was? Können das hier überall so rumlaufen? Warte mal. Es ist nämlich die Frage, ob wir jetzt da hinten noch hinkommen. Da war ja noch irgendwas, wo wir hinwollten, ne? Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Ja. Bist du ausgestiegen? Ja. Nein. Ja. Was ist denn das gemacht, dass du dich so schnell bewegt hast in der Luft? Es funktioniert immer noch diese Sprungattacke da. Seine Fähigkeit funktioniert immer noch. Ah, die Dinger ist geil, ich will es alles haben. Hm. Ich bin fürchtet, die sind scheiße teuer. Ich fahre nicht aus, ob das echt so ein Schild ist, oder? Ich weiß, was das ist. Ach, auch mal da. Jetzt müssen wir wieder da runter, wahrscheinlich. Ich werde schon mal phasing mit Wursteln und bla bla bla. Ja. Ah, du bist jetzt zu dieser Station. Ach, wo war... Ach so, die Station in der Ecke. Ja, Titanium. 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 Ach ja, und Titanium. Was heißt für alles brauchen wir? 40... 50... 60... 70... 80... 90... 100... 100... 5... Titanium. Für jeden. Wir können hier noch als nächstes machen. Moment mal. Guck mal. Ja. Klick mal hier drauf. Ja. Ich kann hier Sachen rausnehmen. Ja. I know. Weiß ich denn jetzt... Ready to deploy. Ich kann aber nichts machen. Ich kann nichts deployen. Hm. Wir können auch die Mission gerade von dem machen. Ich weiß nicht, da steht, dann bin ich jetzt nach. Ne, ich hab's auch gesehen, aber lass uns mal die Mission machen. Von dem Typen, ne? Ja. Das müssen wir eben auch mal machen. I need some help, give me some peace of... If you could go into space and find me five. Was I salvage interface chips? Okay. Wie machen wir das? Äh, wie machen wir das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, wir brauchen echt das Ding. Und wie kommen wir das Ding? Ich hab keine Ahnung. Kann man vielleicht jetzt auf diese... Ah ne, auf diese Station kommen wir erst mit dem Waffendinger, ne? Aber haben wir den weg jetzt hier irgendwie? Äh... Ich hab das nicht gratis bekommen. Doch, den haben wir, den haben wir. Wo? Im Schiff. Bei mir ist hier nichts. Wie geil? Geh zum Schiff und dann rechts. Ich bin am Schiff, da ist nichts. Rechts, da wo du spielen kannst. Was? Ist er im Inventar oder was? Äh. Oder läuft der da jetzt rum? Oder steht der da? Wetter irgendwo! Hä? Bei mir ist nichts. Du hast doch da rechts ne Leiste. Bei deinem Schiff. Du hast doch rechts oben ne Leiste. Aber die hab ich ja auch. Aber du musst auch passen. Das darfst du nicht bei sowas machen. Du musst das dann... Wo gehen wir denn am besten hin? Und jetzt? Ja. Wie geil! Und jetzt? Ja. Das wäre... Fake ist. Steig mal aus. Nee. Alter, das ist die Station! Wo? Hier! Wo ich bin! Hallo! Wir kommen in Frieden! Geil! Werde, was machst du? Was mach ich hier? Was ist das? Ich drück hier drauf. Was ist das? Hab ich das mal ausgeschaltet? Ne Mach ihr warte auf mich! Hey! Was? Das ist einfach... Unter aller Sau. Das ist einfach unter aller Sau. Was? Äh... Jetzt? Ach! Hä? Den kann man selbst steuern. Wie geil ist das denn? Oh! Guck mal! 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 waren also 100 weil jeder baut das eigene ok ja wir fangen erstmal mit einer an mach einfach 50 wir fangen mit einer an ah man muss ich hier 50 einzelne dinge anklicken ist ja behindert fangen erstmal mit 50 an wir müssen jetzt nicht sofort ja wir gucken wie einer aussieht nicht dass sie so voll kacke ist so ja Gold 50 Titanium Titanium ja und 50 Silber ich schätze mal da wo wir zu dieser Station hingehen konnten wir mit dem Wecker teilen wir konnten da Sachen rausbauen ich glaube wahrscheinlich ist das halt unser Roboter und den können wir dort an der Station verbessern das heißt dass wir Teile austauschen können kann sein die 1000 hast du ne 1000 Pixel? ja in meinem Schiff nimm 1000 Pixel in meinem Schiff ja ich hab die auch bei dem Schiff ja ich hab wie soll ich dir die Tauchpixel so geben ich hab die ja nicht dabei ja ich muss die eh dann holen und dann erstmal wieder umbeformen ja mach das ich hol die ja von mir jetzt ja weil ich selber so bei mir dabei habe schon 112 so ähm dann wieder nach Hause ich hab's gleich das ist alles okay ja das ist so geil und vor allem dass du den selber steuern kannst in den Fahrstuhl das ist auch richtig geil so einen brauchen wir eigentlich auch so einen Fahrstuhl ja ich glaub das ist auch der neue den wir jetzt hier bei uns im Inventar haben Fahrstuhl im Inventar? ja du kannst mit dem auch also wir sehen jetzt die Schienen ersetzen das heißt unser die ganzen Dinger die du gerade gesetzt hast die ganzen Plattformen die Plattformen nach unten ja die sind egal aber die Schienen selber sind ja okay ja auf den Schienen kann man das Teil setzen für oben ja also das heißt wir tun auch die Plattform Bruder das ist ja kein Ding das wollte ich erst auch ja ich wollte ja gar nicht hier hin also die auf die auf die Plattformen da sind wenn wir ein paar mehr haben ist ja egal wo war das so mit dem Geld? das ist ja hier und jetzt ich habe jetzt ausgewählt dass ich jetzt äh also vom Raumschiff aus das jetzt bei mir war konnte ich jetzt direkt hier in der Welt die ich werde das nicht Okay. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch! Ich bin unterwegs! Komm hoch! Ohlala! Ist der ich ein Transponder? Und wir können etwas Neues machen. Also ich kann etwas Neues machen. Would you like to deploy your very own Space Station? I can craft for you your very own Station Transponder. And all it will take is some resource. Simple bring 50 Titanium, 50 Gold, 50 Silvers, 1000 Pixeln, mir und die andere. Ja, haben wir doch! Nein, du hast den ja schon. Das wäre jetzt genau dasselbe. Achso. ETF. Guck mal, was hast du... Station Transponder habe ich bekommen. Ja, da musst du auch was... Mal gucken, wo wir den da einsetzen. Configure your own Station DigiDrive Probe. Ich würde sagen, das machen wir gleich. Ich weiß nicht, was man damit genau jetzt macht. Guck mal hier. Warte mal, was habe ich jetzt gerade da aufgenommen? Ich habe gerade irgendwas aufgenommen. Ich habe da Savage Amor Plate und Savage Extrator. Warte mal, warst du schon hier rechts? Ey, Alter, hau doch einfach so ab. Ja... Ja... Komm rein. Hä? Bin nicht da. Jetzt. Okay. 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 Hey. 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 Was? Nein. Komm, ich hole dich ab. Das ist ein bisschen kompliziertes Ding. Das ist doch scheiße. Nein. Komm, ich hole dich ab. Das ist ein bisschen kompliziertes Ding. Mann. Komm, ich hole dich an. Immer, pollen kann ja, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020